Prozent da sind Tarn an die Entschuldigung ich bin ein die Gutsch versteht er sich schreitend doch gar nicht und Prozent dann suchen wir wasser schlankt das daraus wenn ich bauen cobblestone was auch einer der einzigen gründe ist warum wir überhaupt heruntergekommen sind das müssen wir immer wieder vorhanden dass wir unbedingt cobblestone abbauen müssen so viel wie möglich so viel wie möglich wieder einer wäschlein jetzt nicht wirklich wieder ein also Mund auf Eisen, Rein, Mund zu und kauen Hoch und Schutz Hochkohle Hochkohle da, dort Eisner 4 Eis Goldscheiben 4 Gold und oh hm 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 was geht das was ich dachte hier wär etwas dem war aber wohl nicht so Reichen 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 gut ähm so mittlerweile wär ich schon nicht was angepisst denn jetzt wenn ein Eisen-Greeper wenn ein Eisen-Greeper gesprengt würden spinn doch wir haben ja Schwert Schwert ist effektiv auch spinn und so lange her seit ich bin gold so lange her seit ich seine Höhle erforscht hab und so lange her seit ich gold gefunden hab gold mit der Hände die Richtung hier auch gepforscht haben wow geht da tief hinein ein 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 mit 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 dann mit 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 stelle mit 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 auch die tippen umschalten und so friedlich wird es jetzt auf deutschland das spiel umschaltet sobald wir einem creeper begegnen damit ihr keinerlei risiko lautet aber ich glaube das mache ich nicht sollen wir gesprengt werden rennen wir so schnell wie möglich wie die herunter und sammeln so krank ein schlug der feld haben so viel erfahrung nicht mehr 1 die erfahrung ist weniger 1 d wir haben noch vier fahrzehnt h h h h h schlucht 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 weisen okay gut um zurück nicht nur so gut geht es nicht mehr ich bin das in der englischen Schreibweite gewohnt da größer dicker ich weiß es hat gar nicht ich glaube mir sollte es schon geben ja mir gibt es schon ja mir sollte es schon geben eigentlich gut schlucht und die wird nicht gehen nein garantiert nicht und drauf 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 immer schön die die sind so rohstofffrei und ich muss mir immer wieder vorhören dass sie eigentlich hier sind und kamen abzubauen aber wir finden so viel Rohstoff gut ja ja wenn wir ein Diamanten jetzt hier unten der erste Diamant meiner Letzt nee die Rieger das glaube ich ich bin gespannt wie das auf Deutsch vielleicht ist auch noch ein Stein aber vielleicht hat es einen anderen Stein und zwar grün stein eisen 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 es hört gar nicht mehr auf doch hier nein da auch nicht eisen kein eisen hier eisen 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 und an enden kohle 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 franzig vor einer halben Stunde glaube ich in etwa hm in ach ich bin es ja gut mein Limit ist festgelegt wenn ich muss noch einige Letztplaces mache auch eisen dann wie wehsehen oh oh Prozent 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 die hat wohl die Qualität doch nicht abgenommen nur nicht weil ich nicht tief genug vorgegangen die Städte Mieter Prozent müssen wir wieder zurück in den Ausgang finden wir reingefallen Prozent jetzt wird es schwierig das sind dort vorne erbten und der Schluchte hier da sind wir reingefallen. Müssten wir eigentlich hier wieder rauskommen können. Ja, hier. Gut, um. Okay, häng in der Luft. Sollst du eigentlich nicht, du gehörst der Schwerkraft aber. Häng bis schon rum, wenn es dir Spaß macht. Hm, weit runter und runter und runter und runter und runter und runter und ein bisschen Cobblestone abgebaut, denn daher, deswegen sind wir eigentlich hier. Ich bin nur wegen Cobblestone hier, oder wegen Pflasterstein heißt es, ich bin hier, nur wegen Pflasterstein, doch ich hab so viel Alten gefunden. Und ja, da unten war doch ein Gelände. Ähm, es ruggelt etwas. Es ruggelt immer noch etwas. Ich hab meine Befehle an. Oh, Alten. Ich hab meine Befehle wieder angenommen. Ah. Gut, das ging jetzt. Jetzt. Jetzt oder so. nicht Vielen Dank.